Was mit der Oma passiert sei und Agathe Bauer sagte, Oma fiel ins Klo. Furchtbar sagte, wir müssen deiner Oma helfen, wie kommen wir denn da hin? Und antwortete, da vorne links. Das war zu schnell und sie sagte, lass dir Zeit. Also nahm sich Zeit und sagte ganz langsam, aber energisch, die Oma wohnt in der Mittelhofer Street. Also ging und die Oma, die in ihrer Wohnung saß und ein schönes, kühles Erdnussbier. Sagte, hey, wie geht's? Oma, die Oma sagte, geht's so. Von einem schönen, kühlen Erdnussbier habe ich leider schrecklich Zahnweh. Dagegen habe ich was. Du musst ein bisschen Benzol, Forte, Forte, Forte dir nur reinziehen. Jetzt können wir jetzt endlich fragen, was sie am meisten interessierte. Was gibt's eigentlich Neues von Arno? Und der Morgenspiel. Aber da meinte, nur ach Oma beim Arno ist alles wie immer. Lauter, doofe, niemand gescheit. Laura, doofe, niemand muss. Ich habe bis zu te, diese Rufi. Banzösche! Banzösche! Banzösche!